So, jetzt geht's weiter. Sebastian Ritterbusch wird uns jetzt mal ein bisschen was hier über ein Tool erzählen, OSPAC, richtig, Open Source Podcast Audio Chain, um halt, ja, Dinge zu tun mit Audio, automatisiert. Ich bin gespannt. Danke. Danke, Tim. Ist das laut genug? Hörst du mich? Okay, wunderbar. Ja, erstmal vielen Dank an Sendezentrum, dass ich die Chance habe, das Projekt hier vorzustellen und, ja, freue mich natürlich auch über euer Interesse und da wir heute schon einiges erfahren haben über polierte Buttons, über Dekomplizierung von Interfaces, tut es mir leid, das wird jetzt etwas schwer für euch. Die Interfaces sind jetzt noch nicht sandgestrahlt und werden vielleicht etwas kompliziert aussehen, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem etwas davon mitnehmen. Ich selbst, ja, komme aus Karlsruhe, mache dort einen Podcast zusammen mit Gudrun, Gudrun Täter, den Modellansatz-Podcast über Mathematik und die Anwendung und wir sprechen mit Studierenden, Lehrenden und Forschern über, ja, Mathematik, was sie so machen, wo sie das einsetzen, was für Projekte sie machen. Und ich muss auch sagen, wir haben das Glück, dass wir tatkräftig von unserer Fakultät unterstützt werden und bisher freuen sie sich auch darüber, was wir da machen. Ich muss mich auch nochmal ganz herzlich da bei, ja, Tim und, na, wie heißt er, Henning bedanken, die eigentlich schuld daran sind, dass ich das überhaupt angefangen habe. Damals war es die Tandem-X-Folge in der Raumzeit, die ich gehört habe, direkt bevor ich zu einem Kongress gefahren bin und prompt danach ein Vortrag über Tandem-X kam, wie die daran arbeiten und ich habe aus dem Podcast mehr rausgeholt als aus dem wissenschaftlichen Vortrag. So gesehen war das eine klasse Sache. Wir sind dazu gekommen, den Podcast zu machen und wir hatten von Anfang an ein Problem und zwar haben wir die Aufnahmen versucht in den Gebäuden der Fakultät zu machen. Es war damals schon ein schönes Gebäude mit klaren Linien, vielen glatten Wänden und dementsprechend hatten wir das Problem, dass wir unfassbar viel Übersprechen hatten. Egal, wie wir uns hingesetzt haben, die Wände waren perfekt für die Reflexion geeignet und dementsprechend hatten wir ein Problem. Es tut mir leid, damals konnte Auphonic noch kein Crossgate. Wir mussten uns also was Eigenes überlegen und da sozusagen das Programmieren, ja, zu unserer Westentasche gehört, haben wir was umgesetzt. Ich dachte, es wird 2015 besser. Wir haben ein preisgetröntes neues Gebäude bekommen und jetzt sind die Seminarräume noch glatter, noch schöner, mit noch klaren Linien, mit noch mehr Schall darin. Ich weiß wirklich nicht, wie man dort Seminare halten kann, aber sie sehen wundervoll aus. Wie sah die erste Pipeline aus? Die erste Chain mit dem Audio-Chain, mit dem wir unseren Podcast aufbereit haben, war ein Mischmaß aus Make, Bash, Socks, dem Swiss Army Knife of Audio Processing und, ja, weil ich es eben gebraucht habe, ein Leveling, eine Leveling-Lösung und ein Crossgate in C++ geschrieben. Die Codierung habe ich nachher dann mit Lame und Ockend gemacht, einfach damit ich Browser, die halt nicht von Natur aus MP3 spielen können, zumindest im Web-Interface, sie auch etwas hören. Tja, dann kamen Studierende auf die Idee, hm, dieses Podcasting macht uns Spaß, wir wollen das auch mal tun. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, macht einen Podcast, ist ausgezeichnet. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass sie das Thema auch weiterentwickeln wollen und sagen, nee, das soll nicht ins Web erstmal, wir haben da was Besonderes vor. Das will ich jetzt hier auch nicht erzählen, was sie machen wollen, ist ein toller neuer Ansatz. Aber die haben halt gesagt, nee, eigentlich wollen wir das über eure Pipeline machen. Ihr habt doch da was. Ja, das war jetzt nicht unbedingt etwas, was ich dann so weitergeben wollte, weil das einfach ein Zusammenstecken von Skripten war. Unser Make-File geht über tausende Zeilen, das sind halt, ja, fast dreistellige Anzahl von Folgen. Wir haben einen Grund, dass wir schon so angefangen haben. Aber es ist einfach nichts, was ich wirklich weitergeben wollte, deswegen war der Entschluss gefasst, da musste mal was draus werden. Und ja, ich habe die Open-Source-Podcast-Audio-Chain angefangen. Die hat schon ein paar Funktionen. Sie ist erstmal dafür da, um mehr Kanal-Podcasts abzumischen, um sie halt auch zu leveln, um halt Intro-Outros drin zu haben zu können, um Übersprechen rauszukriegen, weil das war unser Hauptproblem. Und ja, man kann sich entscheiden, ob ich Mono-Rendern will, Stereo- oder Mehrkanalaufnahmen später haben will. Und ja, wenn jemand viel zu viel Pausen macht beim Reden, bietet es auch die Möglichkeit, Pausen zu kürzen. Das ist auch ein bisschen in der Richtung, wie dieses Overcast-Feature ist. Es erzeugt automatisch die MP3-Aux-Wave-Files oder eben auch Rendering von der Wave-Form. Und das war für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Ich kann es komplett automatisieren. Ich bediene es aus dem Make-File. Weil ich sage einfach, wo sind Dateien und es rendert mir auf einen Schlag mein fertiges MP3, mein fertige Ock-Datei. Und das ist eigentlich mein Hauptanwendungszweck bei der ganzen Sache gewesen. Ja, dann bekam ich eine Mail, wo mich ein gewisser Tim gefragt hat, willst du das nicht hier auch mal vorstellen? Da habe ich gedacht, okay, ihr seid verwöhnt mit grafischen Oberflächen. Also ist jetzt noch eine GUI dazugekommen unter OSX, Windows oder Linux. Ich selbst benutze es aber hauptsächlich unter Linux als Command-Line-Version. Jetzt ist natürlich die Sache, unter was veröffentlicht man das? Soll das ein neuer Service werden, der dies oder jenes tun kann? Ehrlich gesagt, das braucht die Welt momentan nicht. Wir haben wunderbare Services, die das tun können. Aber vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass neue Ideen, neue Experimente, wie es Nikolaus hat morgen gesagt hat, probiert werden können und dafür neue Plattformen entstehen können oder eingebaut werden können. Deswegen habe ich mich für die offene MIT-Lizenz entschieden. Solltet ihr also was Kommerzielles damit machen wollen, bitte nutzt es dafür, es ist dafür da. Das Ganze ist recht jung. Februar dieses Jahres habe ich angefangen und mich entschieden, das umzusetzen. Im März habe ich es dann auf GitHub und im Sendegate publiziert. Dann kam die Frage. Im April habe ich die GUI veröffentlicht für OSX, Linux und Windows. Binarys gibt es für OSX und für Windows. Für Linux, ehrlich gesagt, könnt ihr, also es sind Binary-Pakete und ich mag Binary-Pakete oder Linux nicht. Kompiliert es euch selbst. Unter Linux ist es gar kein Problem. Unter Windows ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen gibt es dafür ein Binary, genauso wie für OSX. Tja, und jetzt bin ich hier, habe vor ein paar Tagen die 1.0 released, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Ich werde euch die GUI-Version vorstellen, das heißt das, womit ihr womöglich eure ersten Schritte wagt. Das hilft euch aber trotzdem, um nachher auch die Command-Line-Version zu verstehen. Wozu ist es eigentlich da? Es ist das Bindeglied zwischen eurer Aufnahme, zwischen euren Schnitten und der Publikation. Und soll euch dabei unterstützen, ja, die MP3s oder Oc-Dateien zu erzeugen, um das eben auch alles automatisiert zu tun. Wenn ihr also nicht unbedingt genau in der Pipeline drin seid, dass ihr mit Ophonic das alles schon umsetzt und mit Podlove, wie zum Beispiel die Studierenden, die sagen, die wollen das jetzt nicht in eine Podlove reinwerfen, sie wollen das erstmal intern benutzen, haben dafür besondere Anwendungszwecke, dann könnte das für euch eine Wahl sein. Aber es gibt auch andere, die ja sagen, sie wollen das mit dem eigenen Makefile machen. Ich habe auch schon während der Entwicklung bemerkt, es hat auch Vorteile, etwas schlank zu programmieren, ohne viele Abhängigkeiten. Die einzige Abhängigkeit, die ich momentan in der Command-Line-Version drin habe, ist nur das Lesen und Schreiben von Wave-Dateien. Das Encodieren passiert alles mit externen Tools. Das heißt, ihr müsst gucken, dass die im Pfad drin sind, wenn ihr MP3s, OXs oder womöglich irgendwann Opus erzeugen wollt, das läuft alles dann extern. Die grafische Oberfläche ist FLTK, das ist einfach ein Framework, was es ermöglicht, gleichzeitig nativ für Linux, Windows und Mac zu entwickeln. Es soll eigentlich ein Baukasten sein für verschiedene Anwendungen. Das heißt, wenn ihr sagt, euch interessiert aus irgendeinem Grund der Leveler, euch interessiert aber der ganze Rest nicht, dann könnt ihr das auf eine Art benutzen, dass ihr mehrere Kanäle hineinwerft und ihr bekommt mehrere Kanäle hinten auch wieder raus. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt nur die Funktion zum Normalisieren nutzen oder das Crossgate oder Ähnliches, das könnt ihr schon direkt so mit der Kommandozeilen-Version tun oder eben auch mit der grafischen Version. Ich werde nachher auch fest nochmal vorstellen, was man für Experimente damit machen kann, die jetzt nicht unbedingt genau das sind, was man so bei Podcasts erstmal dran denkt. Aber mal sehen, was es in Zukunft alles gibt, was man noch für Experimente darauf implementieren kann. Es ist gedacht als Plattform, wo sich andere beteiligen können und wo wir sagen können, hier gibt es etwas, was wir ausprobieren wollen und wo wir sagen, hey, das sollte mal ausprobiert werden, das können wir reinmachen, könnte für jemanden was nutzen. Dafür ist das Tool da. Dafür ist es nicht vollkommen abgeschliffen. Es ist dezentral, ihr braucht dafür keine Netzanbindung, ihr habt es bei euch lokal. Wenn ihr euch keine neue Version holt, wird sich das auch nicht ändern und ihr könnt es jederzeit benutzen, habt ein robustes Setup. Und es ist, wie ich es schon gesagt habe, auch schon allein aus der Lizenz offen für die Integration in andere Projekte. Wenn also jemand sagt, interessiert das eine oder das andere, bitte, dafür ist es da. Ich begrüße das sehr. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr daran weiterarbeitet oder mitmacht. Ich selbst benutze es für unseren Podcast und werde es deswegen auch weiterentwickeln. Und wenn ihr dafür einen Nutzen habt, wunderbar, freut mich. So sieht zum Beispiel die Kommandozeilenversion oder die Benutzeroberfläche aus, die ich jetzt im Folgenden noch genauer erklären will. Bei der Kommandozeilenversion muss ich sagen, das werde ich jetzt nicht so ausführlich machen. Ihr werdet aber nachher sehen, wenn ihr die Benutzeroberfläche bedienen könnt, wisst ihr nachher auch, wie ihr die Kommandozeilenversion benutzen könnt. Die Benutzeroberfläche besteht eigentlich hauptsächlich aus zwei Fenstern. Es ist ein Komplett-Tool, schlag mich tot, alles in einem Bild. Es entspricht sicher nicht euren Anforderungen von einer wirklich geschliffenen, tollen Oberfläche. Im Grunde genommen ging es mir aber erstmal darum, ein Frontend zu liefern für ein recht komplexes Kommandozeileninterface. Und es steht jedem frei, in dem Projekt mitzumachen und zu sagen, ich möchte hier oder da an der Oberfläche feilen. Oder einfach auch ein weniger komplexes Tool daraus basteln. Diese Oberfläche bietet erstmal sehr, sehr viele Möglichkeiten. Als allererste Entscheidung werdet ihr euch entscheiden müssen, was wollt ihr produzieren? Geht es euch um einen Monopodcast, um ein Stereo oder ein Mehrkanalpodcast? Welche Art von Stereo wollt ihr umsetzen? Ihr könnt euch entscheiden, wie viele Segmente ihr in dem Podcast zusammenmischen wollt. Es wird hier nicht auf einem Wellenform gearbeitet, sondern ihr werft komplette Dateien hinein und das System wandelt euch diese Dateien um. Und ihr könnt in jedem Segment Filter anwenden. Und der Punkt, warum euch das System hilft, die Kommandozeile zu verstehen, hier unten wird immer auch zusammengeführt, wie die äquivalente Kommandozeile aussehen würde. Das heißt, kommt ihr in ein Problem hinein oder wisst nicht, was das System macht? Da unten ist es alles serialisiert. Das könnt ihr mir schicken und fragen, warum hat er dies oder jenes gemacht? Und ihr bekommt dann dort die Antwort. So sieht der Blick aus, wenn ihr Dateien einfügt. Wenn ihr sagt, was wollt ihr als Zieldateien haben, habt ihr dort im Momentan vier verschiedene Variationen, was für Dateien ihr erzeugen wollt. Will man noch Opus dazu haben? Es sind ein paar Zeilencode, die man auch hinzufügen kann. Und weil man natürlich in MP3 und Ock-Dateien oder Opus-Dateien Metainformationen noch gleichzeitig hinzuhaben will, kann man die hier auch gleich angeben. Oder eben auch in der Kommandozeilen-Version. Es ist ein uniformer Zugang zu diesen Metainformationen. Das Ziel der Produktion. Wie schon gesagt, ihr könnt euch entscheiden, ihr wollt nachher nur eine Ein-Kanal-Produktion erzeugen, ihr wollt eine Stereo-Kanal-Produktion erzeugen oder mehr Kanal. Das ist das allererste, was ihr festlegen müsst. Ich habe für euch auch Beispiele dabei, mit welcher Stereo-Moodie es gibt. Da wir hier keine Stereo-Lautsprecher haben, brauche ich euch das nicht vorspielen. Ihr werdet es nicht hören. Im Sendegate gibt es aber auch die Vorstellung. Der Unterschied zwischen diesen Stereo-Modi ist, dass ich einmal das Intensitätsstereo drin habe, was viele nutzen, dass einfach auf einem Kanal ein Signal etwas lauter kommt, bis zu 10% plus auf der Seite, 10% minus auf der Seite, und man dadurch einen Eindruck bekommt, wo eine Person sitzt. Die Frage ist einfach dabei, hilft das den Zuhörern, den Podcast besser zu verstehen? Und ich bin davon einfach überzeugt. Es kommt oft vor, dass Leute gleiche Stimmen haben oder ähnliche Stimmen haben. Und wenn ihr dann im Podcast die Möglichkeit bietet, dass man mit dem Gehör schon einen Hinweis darauf bekommt, wer gerade spricht, weil da gibt es jemanden, der von links spricht, jemanden, der von rechts spricht, dann ist das ein Hinweis, den eurer Hörerschaft helfen kann, zu verstehen, worum es eigentlich geht. Manchmal gibt es auch ganz tolle Effekte dabei, dass man sagen kann, ich habe richtig das Gefühl, ich sitze zwischen den Leuten. Aber bei all diesen Spielereien muss man immer beachten, man darf das nicht übertreiben, weil nichts ist ätzender, als andauernd jemanden nur auf einer Seite zu hören. Man denkt so, ich will den Kopf dahin drehen, man kann es aber nicht mit den Kopfhörern, sondern man muss es halt dann über die Zeit aushalten. Deswegen darf dieser Effekt nur sehr moderat genutzt werden. Und das ist der Grund, warum ich einen zweiten Punkt hinzugefügt habe, und zwar das Laufzeitstereo. Wenn wir Stereo hören, also viele von uns hören, binnaural, da ist es so, dass wir bei tiefen Frequenzen davon profitieren, dass sozusagen bei hohen Frequenzen unser Kopf ein Ohr abdeckt. Das heißt, wenn jemand von hier spricht, und er spricht mit Frequenzen über einen Kilohertz, dann hört das Ohr viel weniger. Bei tiefen Frequenzen geht das um den Kopf herum, weil die Wellenlänge die Kopfgröße übersteigt. Das heißt, diese Frage mit diesem lauter und leiser ist eigentlich nur etwas, was hohe Frequenzen betrifft. Bei tiefen Frequenzen und im Mittenbereich ist der Effekt der Laufzeitunterschiede dominant. Das heißt, wenn jetzt Tim zu mir sprechen würde, kommt sein Schall bei diesem Ohr schneller an als auf diesem Ohr oder früher. Und diesen Unterschied kann man halt messen, das sind bis zu 18 Zentimeter oder 20 Zentimeter oder ähnliches, und man kann ausrechnen, wie viel Zeitunterschied das tatsächlich bedeutet. Und man kann auch diesen Laufzeitunterschied zwischen den Ohren verwenden, um an das Stereo-Signal zu erzeugen. Was den Vorteil hat, es muss keinen Lautstärkeunterschied mehr zwischen den Ohren geben. Leider gibt es kein kostenloses Mittagessen, man verliert dabei auch etwas. Und das ist der Punkt, zwei Punkte eigentlich, eure Dateikompression wird runtergehen. Wenn auf dem linken und rechten Ohr zeitversetzte Signale sind, werden das MP3, Ock und Opus nicht mehr so gut kodieren können, weil die Korrelation zwischen den beiden Kanälen weggeht. Das ist ein Nachteil. Wenn ihr also eine fixe Bitrate habt, wird die Qualität etwas heruntergehen. Habt ihr eine variale Bitrate, die sich nach der Qualität orientiert, wird die Bitrate eben entsprechend höher gehen. Der zweite Nachteil ist, wenn ihr eine Monoreproduktion macht und ihr habt Laufzeitunterschiede, wird die Monoreproduktion auf den einzelnen Ohren besser sein, weil die Lautstärkeunterschiede nicht mehr so groß sind. Hört jemand nur links, ist es wunderbar. Alle Personen hören sich fast gleich laut an. Hingegen, wenn ich ein Mischsignal erzeuge, trefft das gleiche Signal leicht verschoben aufeinander, was den Effekt hat, dass höhere Frequenzen typischerweise etwas herausgefiltert werden. Das kennt ihr auch aus dem Radio. Wenn ihr ein Radiosignal habt, was plötzlich auf Stereo umschwingt, hört sich plötzlich das Radiosignal klarer an. Es gibt gar keinen Grund, dass es klarer ist. Vorher war es ein Kanal, jetzt sind zwei Kanäle. Das hat eigentlich mit der Frequenz nichts zu tun. Es liegt daran aus der Auslöschung von den Laufzeitunterschieden. Also unter anderem. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Und genau den Effekt habt ihr ja auch. Wenn ihr zu stark Laufzeitunterschiede habt, werdet ihr Probleme haben, wenn jemand sich das Mischsignal anhört. Jedoch nicht, wenn er sich nur links und rechts anhört. Es ist ein anderer Ansatz. Ich habe ihn hier eingebaut, einfach damit man sich das auch anschauen kann und das ausprobieren kann. Gut. Das ist eine Option. Die dritte Variante ist, dass ihr einfach mehr Kanal durchleitet. Wer vier Kanäle reinschickt, der bekommt vier Kanäle hinten auch wieder raus. Der zweite Teil, wo ihr entscheiden müsst, oder was der Kernteil in dieser Audio-Chain ist, sind eure Segmente. Unter einem Segment verstehe ich zum Beispiel das Intro. Das Intro wird komplett anders behandelt, als zum Beispiel die eigentlichen Gesprächsspuren. Da gibt es vielleicht ein Bay-File, was ihr schon in Stereo abgemischt habt, wo ihr möchtet, dass es auch tatsächlich in Stereo so genau durchgeht. Das wäre dann das erste Segment. Da laufen komplett andere Filter darüber, als im eigentlichen Gespräch. Hier steckt aber im Gegensatz zu Ophonic keine Intelligenz darin. Ihr müsst das angeben. Also es erkennt momentan nicht, das ist Musik, das ist Sprache, sondern ihr sagt, das ist mein Intro, das will ich, das ist eins zu eins in die Stereo-Produktion rübergereicht wird. Und wenn ihr zum Beispiel fünf Dateien habt, die eure Sprecher sind, die direkt aus eurem Zoom zum Beispiel kommen, dann sagt ihr, das ist Sprache. Auf jedem Segment werden die gleichen Filter laufen gelassen und somit hängen sie dann auch zusammen. Das heißt, ihr habt euer Intro und Auto als eigene Segmente, eure Sprache. Wenn ihr zum Beispiel neben dem Gespräch nochmal ein Stereo-Signal gleichzeitig mit dabei habt für Web-Audio oder ähnliches, dann ist das auch ein eigenes Segment, was aber parallelisiert wird zu euren Sprachspuren. Die Segmente könnt ihr dann ineinander überfaden oder einfach direkt nacheinander ablaufen lassen. Das ist euch dann freigestellt. Das übernimmt dann auch die Audio-Chain. Das Ganze sieht dann so aus, dass wenn ich mich entscheide, ich habe ein Segment, jetzt bin ich gerade im Segment 2, dass da noch ein weiteres Segment kommt, gebe ich an, einmal ist es ein Sprachsegment und wie soll es zum nächsten Segment hinübergehen? Soll es einen Überlappen geben, einen Fade-Over oder einfach ein harter Abschnitt oder ist es das Ende? Wenn es das Ende ist, gibt es kein weiteres Segment mehr. Und weiter geht es dann bei den Targets. In den einzelnen Segmenten könnt ihr beliebig viele WAV-Files einspielen. Das können jeweils eure Gesprächsspuren sein, die ihr auf irgendeinem Weg aufgenommen habt. Und wenn ihr jetzt im Audio, in der GUI seid, im grafischen Nutzerinterface und ihr wählt auf einen Schlag fünf Dateien aus, dann werden auch automatisch fünf Dateien eingetragen. Ihr müsst nicht einzeln immer wieder neue Sachen einwählen. Ein gewisser Sonderfall ist, ich hatte vorhin auch in der Session gefragt, wie geht man damit um, wenn man ein Stereosignal bekommt und das alles andere sind Monosignale, weil zum Beispiel jemand mit dem H6 alle mit dem Headset aufgenommen hat, aber zum Beispiel das Publikum nachher mit in Stereo aufgenommen hat. Das passt irgendwie nicht. Soll dieses Stereosignal nachher als ein Monosignal verwertet werden? Soll nur der linke oder rechte Kanal verwaltet werden? Das kann man nochmal extra auswählen. Da fehlt mir momentan noch eine gute Lösung, wie man das ohne Intelligenz sinnvoll lösen kann. Vielleicht komme ich da auch noch hin, dass ich da mir auch noch was überlege. Aber im Endeffekt, momentan brauche ich das nicht, deswegen habe ich es nicht eingebaut. Deswegen bietet es euch einfach die Möglichkeit, wenn ihr ein Stereosignal einwerft, zu sagen, ich möchte nur das rechte oder nur das linke oder ich will dieses Stereosignal drin haben, aber dann wird OSPAC dieses Stereosignal als zwei individuelle Kanäle verstehen. Ihr könnt auch Multikanalwaves reinwerfen, wenn ihr welche habt, also wo vier drin sind. Dementsprechend werden die dann als vier einzelne Kanäle verwaltet. Der Filterabschnitt bietet euch, die verschiedenen Funktionen in dem Segment zu aktivieren oder zu deaktivieren. Und die verschiedenen Beispiele, viele verschiedene Dinge, die ihr tun könnt, ist das Leveling, ihr könnt normalisieren, ihr könnt ein Crossgate machen oder ein Crossfilter. Ihr könnt das Anfang oder Ende, die Stille heraus trimmen, ihr könnt Stille, Abschnitte herausschneiden aus dem Audio oder mein Lieblingsfeature, ihr könnt die Sprache herausfiltern. Hört sich erstmal lustig an, macht aber auch Sinn, das zu tun. Im Einzelnen. Leveler ist einfach ein Verfahren, um Audio, wenn es verschieden laut reinkommt, auf einen Lautstärkelevel zu heben. Was ich da einfach mache, ist, ich gucke mir das an, was hat das für eine durchschnittliche Lautstärkeenergie. Und es ist jetzt nicht genau nach dem Standard der Rundfunkorganisationen, aber grundsätzlich ist es auf einem ähnlichen Prinzip. Ich mache aber auch keine Anpassung bezüglich dem Lautstärkeempfinden von verschiedenen Frequenzen, sondern es wird einfach nach der Energie die Lautstärke gefiltert. Im Sendegate habe ich auch schon Rückmeldung bekommen, dass es ganz gut funktioniert. Aber das ist ein Punkt, an dem man auch mal weiterarbeiten kann. Es tut einfach das, was es soll. Es levelt. Es macht aber auch etwas weiteres. Ganz stille Passagen regelt es komplett runter. Wer das nicht mag, müssen wir mal gucken, ob man das nicht einfach nochmal verändert. Das Normalize ist dieses ganz grundsätzliche Prinzip. Ich habe eine Audiodatei, die auf einem bestimmten Level normiert ist. Ich will es einfach auf 16-Bit herhochheben. Das macht dieser Normalize-Teil. Man braucht ihn auch in einer etwas unerwarteten Situation, und zwar, wenn man eine Monoproduktion macht und man hat zum Beispiel eine voll ausgesteuerte Stereo-Signal und will das wiederum, wenn es nicht durch den Leveler lief, einfach viel zu hoch ausgesteuert ist, dann wird es der Normalize auch herunterziehen, ohne dass es zum Verzerren kommt. Intern arbeitet OSPAC komplett mit Floating-Point-Zahlen. Das heißt, es ist intern völlig egal, ob man übersteuert. Es wird im Nachhinein erst gerendert, und deswegen sollte man am Ende immer dieses Normalize einmal rüberlaufen lassen. Heißt aber nicht, dass er immer bis an Anschlag fährt, sondern wie man hier sieht, ist es nur eine einzige Stelle, an der es tatsächlich voll ausgefahren ist. Das Crossgate, das ist jetzt eine Nachbildung von unserem ursprünglichen Crossgate-Verfahren. Wie kriege ich sozusagen dieses Übersprechen weg? Und das ist recht robust. Es geht davon aus, zwei Menschen sollen bitte nicht gleichzeitig reden, das versteht doch niemand. Ich weiß, ihr macht das manchmal, aber manchmal funktioniert es auch. Und zwar versucht OSPAC dort, ein individuelles Lautstärke-Profil zu erstellen. Es guckt sich an, wie laut ist so ein Kanal, und versucht dann zu interpretieren, ist das jetzt die normale Redelautstärke von jemandem, oder ist das irgendwas Kleines? Und im oberen Kanal sieht man, das ist so in einer Lautstärke durch. Das lässt auch die ganze Zeit offen. Unten ist es typischerweise recht leise, und dann auf einmal fängt unten jemand an zu reden. Und dieses Leise ist jetzt einfach nur ein Beispiel, das ist Hall von dem oberen mit drin. Was wir jetzt erwarten ist, das linke ist das Original, und rechts ist das, was aus dem Costgate rauskommt, ist sozusagen, dass dieses Übersprechen verkleinert wird. Und in dem Moment, wo der Zweite spricht, wird der Erste heruntergeregelt, weil plötzlich kämpfen, also sie kämpfen nicht wirklich miteinander, aber plötzlich ist der Zweite auf einem sehr hohen Niveau, und wenn der Erste nicht gleichzeitig auch auf seinem höchsten Niveau ist, dann wird er leicht darunter geregelt. Your mileage may vary. Für uns war es die Rettung. Es hat erstmal unser riesiges Problem gelöst, dieses Übersprechen in den Griff zu bekommen. Tatsächlich ist es aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ist ein robustes Verfahren. Wenn ihr es braucht, werdet ihr es schätzen. Es gibt aber Fälle, wo man dann doch möchte, dass man den anderen auch noch hört. Und deswegen habe ich mir ein anderes Verfahren ausgedacht, und zwar den sogenannten Cross-Filter. Der macht was ganz anderes. Der hört zu, was kommt eigentlich über die Mikros an, und wann kommt das, was ich dort gehört habe, auf dem einen Mikro, irgendwann auf anderen Kanälen an. Macht eine sogenannte Kreuzkorrelation, und stellt dann nachher fest, okay, typischerweise, was der eine spricht, kommt ein paar Millisekunden beim anderen an, und angenommen die Person würden ganz still sitzen, dann kann ich mir sicher sein, wenn ich eine Entsprechung finde, in genau diesem Zeitabstand, dann ist es ein Übersprechen, und das kann ich rauslöschen. Das ist ein sehr gutes, einfach zu lösendes Problem. Typischerweise bewegen sich aber Menschen. Und die bewegen sich ein bisschen mehr, als was sozusagen ein Sample im Pfeil an Abstand in Position, das ist so ein Millimeter-Zentimeter-Bereich ausmacht, sich bewegt. Deswegen geht der Filter vorher durch, guckt so, was ist der Abstand der verschiedenen Personen zueinander, versucht da so einen Mittelwert zu finden, was ist so der typische Abstand, und sucht dann in der kompletten Aufnahme, immer links und rechts davon, in dem gesamten Bereich, wo finde ich jetzt eine Abdeckung, und in dem Moment, wo ich merke, ich empfange auf dem zweiten Mikro nur Hall von dem ersten, wird es nicht gemacht. Wenn ich aber merke, nee, nee, da ist auch noch Original-Signal dabei, dann kann ich zwar den Hall nicht weg, nicht abziehen, weil Hall ist immer ein Mischsignal von sehr, sehr vielen Signalen, das kriegt man nicht einfach weg, aber dann muss ich einfach den Kanal öffnen. Und genau das seht ihr jetzt auch hier, ihr seht, dass sozusagen der Teil vorne komplett weggelöscht wurde, in dem Moment, wo die zweite Person spricht, geht der Kanal auf, aber der erste Kanal wurde nicht beeinflusst, weil er gemerkt hat, ja, zwar spricht die Person zwei, aber die Person eins spricht auch noch, also mache ich sie jetzt nicht dicht. Trotzdem muss ich sagen, das funktioniert in manchen Situationen richtig gut, wenn ihr aber so eine Hall-Situation habt, wo ihr sehr viele verschiedene Signale von verschiedenen Richtungen habt, wird es schwierig. Es ist experimentell, aber das ist genau so ein Thema, was ich auf der Plattform ausprobieren will, gibt es Möglichkeiten, nochmal Filter weiterzuentwickeln und Neues auszuprobieren. Ein anderes Feature, was ich sehr zu schätzen gelernt habe, ist, manchmal sprechen Menschen sehr langsam oder machen riesige Pausen. Ich finde es falsch, Pausen komplett rauszustreichen. Es kann aber hinhauen, dass man sagt, okay, sie muss nicht fünf Sekunden lang sein, sondern ich mache lange Pausen ein bisschen kleiner. Und zwar so, dass es immer noch so ist, dass kürzere Pausen immer noch kürzer sind, aber längere Pausen ja angemessen verkürzt werden. Also immer noch so passend zueinander und es soll auch wirklich den Fluss überhaupt nicht stören. Deswegen ist das ein sehr vorsichtiger Versuch, Pausen zu verringern. Und er läuft so, dass er einfach mal guckt, wann erhalte ich eine Mindestdauer von einer Pause, wie lang ist die Pause und dann werden längere Pausen etwas mehr gekürzt als kürzere, aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen den beiden und es wird dann sehr vorsichtig zwischen den beiden herüber gefadet und dadurch bekommt man in diesem Fall, ja, das war jetzt so 15 Sekunden, eine Sekunde nachher abgeschnitten. Man hört sich das nachher an und man merkt überhaupt keinen Unterschied. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass halt einfach lange Pausen dann reduziert sind und bei manchen Gesprächspartnern fügen wir das einfach ein und sie finden dann nachher, es ist ein flüssigeres Gespräch. Es ist auch ein Experiment. Ihr wollt es vielleicht nutzen, vielleicht auch nicht, aber es ist einfach auch ein Beispiel, was man in so eine Plattform einbauen kann und für uns ganz interessant war. Ein, ja, ganz besonders spannender Fall ist Löschen aller Sprachinformationen. Warum in aller Welt braucht man das? Ja, das Beispiel kann ich euch gleich zeigen. Es geht darum, sich den Noise-Floor mal genauer anzusehen und hier gibt es links ein Beispiel, wo ich etwas aufgesprochen habe. Nachdem ich den Filter laufen lasse, kommt rechts diese Linie raus, nämlich gar nichts gar nicht sichtbares mehr. Wenn ich das wiederum hoch multipliziere, kommt der komplette Noise-Floor zum Vorschein. Und was ihr dort seht, ist auf der einen Seite das Rauschen, was ich hier die ganze Zeit im Signal hatte. Hier ist es ein Körpergeräusch. Ich habe geatmet, aber sehr leise. Und hinten dran wieder ein kurvettes Rauschen. Jetzt kann man sich dieses Signal nehmen und den Durchschnitt davon bilden. Also nicht jetzt so quadratischen, sondern den Durchschnitt. Diese Wahl des Messens hat den Vorteil, dass starke Ausschläge nicht stark mit hineinfallen. Das heißt, der Durchschnitt wird sehr nah sozusagen diesem Rauschteil sein. Und das kann ich jetzt mit dem Maximal-Signal vergleichen. Und voila, was kriege ich für eine Information? Ich kriege die Information darüber, was für ein Dynamikumfang meine Aufnahme hatte. Und ja, da kommen wir nachher dazu, dass man das ja auch systematisch anwenden kann. Kurz noch zu dem Erzeugen der Targets. Momentan können ja, MP3-Dateien, OCT-Dateien erzeugt werden. Wenn man Opus möchte, wäre kein Problem, das einzubauen. Man kann direkt Wave rauswerfen, auch Mehrkanal. Oder man kann Wellenformen erzeugen. Alle Wellenformen, die ihr hier gesehen habt, sind direkt mit dem Tool erzeugt. Das heißt, ihr könnt automatisiert aus all euren Dateien ja, Wellenformen erzeugen. Wenn ihr das Ganze mal probieren wollt, achtet darauf, dass eure Encoder im Pfad sind. Momentan kann man dem System nicht sagen, wo sie genau liegen. Das heißt, sie müssen im Systempfad liegen. Ansonsten habt ihr da kein Problem mit. Im Sendegate habe ich da schon ein bisschen was zu geschrieben. Wichtig halt, wenn ihr MP3- oder OCT-Dateien erzeugen wollt, ihr wollt nicht im Nachhinein nochmal die Metainformationen einfügen. Das könnt ihr dann hier auf einmal machen oder auch euer Episodenbild dort hinzufügen. Chapter Marks, sorry, habe ich nicht drin. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Ganz unten seht ihr nochmal die Zusammenfassung, wie sähe es aus, wenn ihr im Kommandozeilen-Utility das ausführen würdet. Es kann recht lang werden, besonders weil die grafische Oberfläche immer noch den kompletten Pfad hinzufügt. Aber wenn ihr mitkriegen wollt, wie würde das im Kommandozeilen-Utility aussehen, seht ihr das da unten drin und könnt auch nochmal verstehen, wie hieß nochmal das Kommando, um dies oder jenes auszuführen. Aber natürlich gibt es eine komplette Mainpage, wo ihr das alles auch nachlesen könnt. Und wenn ihr dann wollt, dass es losgehen soll, drückt ihr auf die Taste Run und dann gibt es eine Ausgabe, die eigentlich genauso aussieht, wie es aus dem Kommando-Unterface abläuft. Es kann seine Zeit dauern, aber am Ende sollte das Ergebnis dort stehen. Ja, es ist erst vier Monate alt. Es gibt kleine Einschränkungen. Es wird alles in Memory gemacht. Das heißt, habt ihr ja nur zwei Gigabyte oder ein Gigabyte, dann können eure Produktionen nicht zu lang werden. Also acht Stunden funktioniert dann nicht. Ich lasse es halt auf meinem Linux-Server laufen. Der hat seine acht Gigabyte und genug Cache. Da lasse ich alles in einem durchrendern. Wenn ich dazu komme, baue ich einfach mal ein, dass er sozusagen auch zwischendurch Ergebnisse zwischenspeichert, dass ich nicht alles im Speicher haben muss, aber bekommt ihr eine Meldung out of memory, dann wisst ihr, lag es daran, dass alles auf einen Schlag drin im System sein sollte und dann wird es knapp. Aber ich habe auch gehört, bei Auphonic gibt es auch eine Limitierung von fünf Stunden oder so. Okay, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Gut, da wissen wir jetzt auch, woran das liegt. Ansonsten bekommt ihr aber auch hier alle möglichen Informationen über das, was abgelaufen ist. Das ist natürlich nur für die die interessant, die auch tatsächlich sehen wollen, was da eigentlich passiert und was dort abläuft. Was ich euch gezeigt habe, war die grafische Oberfläche. Die grafische Oberfläche ist eine gewisse Abbildung der Möglichkeiten, die ihr im Kommandozeilen-Utility habt. Das heißt, ihr könnt deutlich mehr machen, wenn ihr euch die Man-Page durchliest und es in der Kommandozeile nutzt. Das ist einfach in der Natur der Sache. Man kann in der Kommandozeile schneller mal neue Funktionen und Ideen einbauen. Da weiß man noch nicht direkt, wie man das nachher vernünftig in die grafische Oberfläche bringt. Deswegen ist der Funktionsumfang dort nochmal deutlich höher. Noch mehr könnt ihr eigentlich tun, wenn ihr direkt im Quellcode arbeitet. Der ist natürlich komplett dokumentiert. Doxygen ist drauf. Da habt ihr nochmal deutlich mehr Möglichkeiten und viele Dinge, die vordefiniert sind, auch für das Kommandozeilen-Utility, könnt ihr dort nochmal selbst dann bearbeiten. Gut, jetzt habe ich euch erzählt, man kann damit Experimente machen und genau das will ich jetzt auch tun. Und zwar eine Sache, die einige dann doch ganz interessant fanden, war, dass ich mich mit dem Tool, mit den Gravitationswellen auseinandergesetzt habe. Weil die Gravitationswellenastronomie ihr habt die ganzen Podcasts ja gehört von Tim, Holgi und allen möglichen anderen. Da geht es darum, dass zwei zusammenstoßende schwarze Löcher entdeckt wurden. Und wie? Ganz einfach, weil zwei Mikrofone aufgestellt wurden, die zufälligerweise 3000 Kilometer entfernt sind. An der Ostküste und an der Westküste der Vereinigten Staaten. Und die Mikrofone funktionieren so, dass es riesige Bahnen gibt, durch die Laserstrahlen geschickt werden und die Laufzeitunterschiede dieser Laserstrahlen jeweils einmal in Hanford und einmal in Livingston gemessen werden. Und dieser Laufzeitunterschied, das wird dann umgewandelt, könnte man umwandeln oder kann man sehen als ein Mikrofon, was man in Schallwellen umwandeln kann. Weil das Tolle ist, der Bereich, in dem Sie aufzeichnen, ist etwa in dem Bereich von 20 bis 8 Kilohertz. Und das sind Dinge, die wir hören können. Und das hat ein Freund von mir sehr interessiert. Er ist blind, interessiert sich für Astronomie und hat mir dann eine ganz einfache Frage gestellt. Da sind zwei Observatorien. Da kommt ein Stereo-Signal raus. Warum in aller Welt hören wir immer mehrere Signale, die sich auch noch unterschiedlich anhören? Was ist denn eigentlich das echte Signal? Ja gut, jetzt gibt es zwei Antworten auf diese Frage. Man kann sich das Paper durchlesen, wenn man es so schnell findet. Man kann sagen, ich gucke mal nach, was da eigentlich veröffentlicht wurde. Und das Tolle ist, auf der Webpage vom LIGO stehen die Quelldaten einfach direkt zum Download zur Verfügung. Es ist einfach eine Zahlenreihe, die einfach ein Wave-Signal in 4 oder 16 Kilohertz darstellt, das man dann einfach in OSPAC einlesen kann. Ich habe einfach, anstatt dem Wave-Einlesen gesagt, lese auch ASCII-Dateien ein. Die Double-Backstation sollen einfach sein. Und ich gebe einfach an, das sind 4 Kilohertz-Wave-Dateien. Der linke Kanal ist Hanford, der rechte Kanal ist Livingston. Und schmeiße mir das mal als Wave-Datei heraus. Man muss es noch normalisieren. Also das Ganze ist in so einem Bereich von 10 hoch minus 8. Und das kann man sich dann nachher anhören und auch angucken. Also das ist diese Wellenform. Das ist jetzt über 30 Sekunden. Während ich da, ach du liebes Bisschen. Ach, da unten. Da unten ist ein ganz kleiner gelber Punkt. Den muss ich treffen. Können wir es irgendwie lauter machen? Habt ihr sie gehört? Also dieses Wibbern gehört nicht dazu. Habt ihr die schwarzen Löcher gehört? Was? Ich nicht. Also ehrlich gesagt, ich hab's wirklich nicht gehört. Also ich dachte so, super, erzählen die was von schwarzen Löchern? Da sind gar keine. Klasse. Aber schaut euch mal dieses Bild überhaupt an. Sieht so eine normale Wellenform aus? Also erstmal, da ist wahnsinnig viel Daten. Hm, ist hier das passiert? Oder hier? Keine Ahnung, ich seh nichts. Und dann, wieso sehe ich hier die einzelnen Linien? Ja, da sind alle möglichen Frequenzen drin. Und wahnsinnig tieffrequente Frequenzen. Also das hat man jetzt aus den Lautsprechern nicht gehört. Aber normalerweise hätte der Boden beben müssen. Da ist wirklich ein Schwingen dabei in Frequenzen. Also ein Subwoofer würde hier wirklich mal was bewegen. Na ja gut, was macht man? Man startet seinen Audacity und guckt sich mal die Wellenform an im Frequenzbereich und sieht plötzlich, meine Herren, von 2 bis 30 Hertz ist da die Hölle los. Über die ganze Zeit hinweg. Also egal, was es da für ein Signal gibt. Das übertönt alles. Und ganz spannend fand ich auch hier diese Peaks. Das geht hier bei 60 Hertz, 120 Hertz, 180 Hertz, 240 Hertz, 320 und wo, kommt es auch wieder hin. Was ist das denn? 60 Hertz. Ja, es steht in den USA. Das ist Netzbrummen. Ist auch für die Physiker am Ligon ein Problem. Und ja, stellt sich raus, dass hier vorne sind Seismichtsstörungen, dass hier hinten ab 300 Hertz ganz starker Anstieg sind die Spiegel, die Dämpfungssysteme der Spiegel, die da wirklich zu sehen sind. Und dann gibt es einen Bereich zwischen, ja, ich habe es da stehen, ab 80 bis 300 Hertz. Theoretisch. Bitte, mach weiter. Da. Das ist der Bereich, wo gesagt wird, das ist der Hauptmessbereich. Da habe ich fast ein weißes Signal, da ist kein Rauschen. Und mit kein Rauschen meine ich, da oben ist minus 7 dB und hier ist minus 90. Also da ist ein riesiger Dynamikumfang zwischen dem, was ich eigentlich messen kann oder messen will und was da an Rauschen drin ist. Wenn man jetzt sagt, ich filter tatsächlich mal das raus, diesen Bereich, ich will nur einen Bandpass haben, ja, diesen Bandpass habe ich reingemacht wegen der Diskussion, wie man Sprache verbessern kann mit Equalizer Settings, konnte ich dann ganz passend benutzen. Dann kommt man zu diesem Signal. Das muss ja gewesen sein. Das war es gerade. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Es war jetzt nicht dieser tolle Effekt mit dem Wupp, aber es ist schon mal zu hören. Man sieht es ja auch im Bild. Es gibt da einen Peak, der doch deutlich raussteckt und ja, mindestens doppelt, wenn nicht dreifach so laut ist wie der Rest. Aber bei einem 30-Sekunden-Stück ist es noch ein bisschen traurig. Wäre schöner, wenn wir das noch ein bisschen besser selektieren können und deswegen habe ich einfach mal diese Funktion genutzt. Ich schmeiße Stille raus, ich definiere mir aber Stille als ziemlich laut, dass hier dieser Skip-Filter ist, mache Pausen raus. Ich mache diese Pausen sehr laut, was er rausfiltern soll und plötzlich wird aus meinem 30-Sekunden-Stück ein etwas kleineres Stück, mit dem ich direkt ja, das... Ah! So. Da war er gerade. Direkt das Signal hören kann. Man kann auch ein bisschen mehr Spaß damit treiben. Was man aber auch schon sieht, sie sind leicht unterschiedlich angekommen bei den beiden Stationen. Da merkt man eben auch, aus welcher Richtung das kommt. Von der Stelle aus kann man wirklich diese Gravitationswellen hören und weiter analysieren und damit seinen Spaß treiben. Der Kollege hat sich sehr gefreut und es war erst mal klargestellt, wo es herkommt. Und übrigens, ich habe dann auch noch mal Fragen an die Wissenschaftler gestellt, die halt in den Podcast rankamen, haben auch gleich Rückmeldungen gegeben, was es noch für Effekte darin gibt. Einfach wunderbar. Es hat riesigen Spaß gemacht. Das ist mal ein Experiment, was man mit einer Audio-Podcast-Chain machen kann. Die andere hat sich dann einfach im Sendegate ergeben. Und zwar hat sich da jemand hingesetzt und hat alle möglichen Headsets ausprobiert und ausgemessen, wie gut die eigentlich klingen. Und jetzt habe ich zufälligerweise dann ein Tool gehabt, was mir ermöglicht, den Dynamikumfang zu messen. Und ich habe einfach mal das darauf angesetzt. So, eins muss ich sagen, das Headset, was am spannendsten ist, nämlich das Superlux HMC 6060. Das hast du leider mit den Störinformationen aufgenommen. Deswegen ist das Ergebnis hier verfälscht. Was ihr also hier seht, Dynamikumfang von nur 10,2 Bits. Beim HMC liegt daran, dass da einfach auch Schrott zu hören ist. Aber wir können das einfach mal anspielen. Wie hört sich das Grundrauschen an? Okay, das war der Teil. Das ist jetzt original aus deiner Aufnahme. Dementsprechend ist das jetzt nicht wirklich repräsentativ, aber es ist unheimlich spannend, sich mal anzuhören. Das war das Atmen. Aber ihr hört, es ist ein komplett anderes Rauschen, als wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Schuhe anspiele. Ich habe ihn gefragt, ob ich das anspielen darf. Also, was ich aus diesen Daten halt wirklich auch heraussehe, ist, vom Dynamikumfang sind die Headsets, sag ich mal jetzt hier, und das Standard-Kit mit den 11,8 Bit, schon nahe den 12 Bit, aber es gibt hier die Shure SM58 und den GAT DM50, die nochmal deutlich rüberkommen. Das ist jetzt nicht komplett repräsentativ. Es wäre schöner, wenn es längere Aufnahmen gewesen wären und immer das Gleiche gesprochen wird. Aber es gibt schon mal einen gewissen Eindruck. Aber ganz erstaunlich ist da natürlich so, die Apple Earpods, 12 Bit Dynamikumfang. Hören wir uns das mal an. Es ist wiederum auch ein komplett anderes Rauschen, als bei den anderen Mikrofonen. Nur Dynamikumfang ist nicht alles. Das heißt, ich könnte mir das tollste Mikro dahin stellen, was einen riesigen Dynamikumfang hat, wenn es aber eine schlechte Frequenzabbildung hat, dann bringt mir das auch nicht weiter. Das heißt, das kann nur ein Kriterium sein und mit dem Tool konnte ich jetzt einfach sehr schnell einfach komplett mal einfach alle Dateien mir runterscrapen, die einmal durchlaufen lassen und habe einfach nochmal ein anderes, objektives Medium, um zu sehen, wie viel kann ich eigentlich dabei herausholen. Übrigens, der Unterschied bei dem LIGO vorhin zwischen dem Laut und dem Leisen, das ist so Faktor 1000, 10 Bits, die ich runtergehen musste. Das war also vorher nicht zu hören. 10 Bits ist auch das, was sozusagen diese Mikros auf jeden Fall schaffen. Und man kann auch mal einen weiteren Eindruck davon bekommen, welche Mikros gute Eigenschaften haben. Ich habe den Eindruck, Großmembranenmikros haben nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten, sozusagen gutes Signal herauszubekommen. Aber für meine Zwecke reicht das vollkommen. Ich nehme eh nur mit 16 Bit auf und komme damit wunderbar zurecht. Ja, auch das ist jetzt auch nur wieder mal ein Experiment gewesen. Ich wollte euch einfach einen Einblick geben, was OSPAK ist, was die junge Software inzwischen machen kann, was ich mir vorstelle, was daraus werden kann. und ich hoffe, ihr habt ein Interesse daran, an der Plattform mitzumachen. Vielleicht wollt ihr sie nutzen und vielleicht, ja, wird noch was Interessantes daraus. Ich auf jeden Fall werde sie nutzen. Ich werde damit weitermachen. Und von mir war es einfach nochmal ein Dankeschön, auch an die Community, zu sagen, hier, vielleicht könnt ihr auch etwas davon nutzen. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus